Wir kennen uns alle gar nicht richtig, aber wir waren alle am selben Ort, als Billy diese Münzen fand. Was ist das? Fühlst du dich seltsam? Wir sind stark. Abgefahren stark. Die Antwort, was mit euch passiert, ist ganz einfach. Ihr fünf seid die Power Rangers. Sollst du fragen? Bin ich eher wie Iron Man oder Spider-Man? Kannst du nicht was sagen? Irgendwas? Ein paar Kids und ich haben ein Raumschiff unter der Erde entdeckt. Ich bin ziemlich sicher, ich bin ein Superheld. Was? Äh, Leute? Fünf kleine Rangers. Wie niedlich. Okay, na das ist ja mal cool. Let's go! Ja! Power Rangers! Ja! Power Rangers im Kino. Google TV Google TV Google TV